Musik Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Kurs of You Web Tips. Ja, wir sind jetzt schon bei der Folge 17 mittlerweile angekommen und ich habe für euch heute wieder ein breites Portfolio vorbereitet an Webseiten, die ich euch vorstellen möchte. Wir beginnen heute mal mit einem recht nützlichen Service gegen Werbeanrufe, nämlich es geht um Frank geht ran. Was ist Frank geht ran? Frank geht ran ist ein Anrufservice, eine Telefonnummer, die man zum Beispiel angeben kann, wenn man keinen Kontakt mehr mit jemandem wünscht zum Beispiel. Und das ist zum Beispiel sinnvoll, wenn ich jetzt irgendwo ein Probeabo für irgendwas abschließe oder Download von irgendeiner Website runterlade, was kostenlos ist. Aber eben dann fordert, ja, du musst eine Telefonnummer angeben und dann wirst du da angerufen. Und das erlebe ich gerade im IT-Bereich relativ häufig. Man möchte sich einfach nur mal unverbindlich eine Software angucken, möchte die runterladen und dann bekommt man am nächsten Tag gleich einen Anruf, wo ein Sales-Mitarbeiter dran ist von der Firma und dann gleich fragt, Mensch, haben sie das getestet und wie finden sie es denn? Und wenn es dumm läuft, habe ich es ja noch nicht mal angeguckt und dann nervt er mich einfach und möchte vielleicht am besten schon gleich vorbeikommen, eine Teststellung einrichten und sonstige Sachen, was ich vieles ja gar nicht will, weil ich einfach erst mal nur mir das Ganze mal angucken möchte in aller Ruhe und möchte da nicht gleich einen Vertriebler an der Strippe haben. Und dafür ist diese Nummer gedacht. Sie ist nicht gedacht, das kann man gleich vorneweg schon mal sagen, da brauche ich kein Jurist für zu sein, um euch das zu sagen, für ein Impressum, weil da müsst ihr auch wirklich erreichbar sein unter dieser Nummer, vielleicht mit einem Voice-Recorder dahinter, wo man eben, ja, Voice-Nachrichten hinterlassen kann. Aber ihr müsst auf jeden Fall erreichbar sein, da möchte ich euch jetzt nicht weitergehend beraten. Impressum ist eine Geschichte für sich und wie gesagt, ich bin keine Rechtsberatung und deswegen, aber dafür dürft ihr es nicht verwenden und ihr könnt es aber eben für solche nervigen Werbeanrufe verwenden. Wie gesagt, die Nummer ist im E-Plus-Netz oder Simio-Netz, bedeutet für euch konkret, wenn ihr zum Beispiel euer Telefon umleitet auf diese Nummer, dann müsst ihr natürlich mit den Kosten rechnen, die ihr sonst auch hättet, wenn ihr zu E-Plus telefonieren würdet. Aber es gibt ja mittlerweile so viele Verträge, die eben Handynetze mit einschließen, deswegen ist es ja in vielen Fällen kein Problem, dort anzurufen. Ich rufe da jetzt auch mal kurz an, um euch mal zu demonstrieren, wie sich das Ganze anhört, wenn jemand so eine Nummer anruft und so hört sich das dann an. Guten Tag, liebe Anruferin, liebe Anrufer, ich bin Frank und nehme im Auftrag Ihres erhaften Gesprächspartners diesen Anruf entgeben. Ich darf Ihnen aufrichten, dass eine telefonische Kommunikation nicht gewünscht ist. Daher bedauere ich sehr, die Verbindung nun trennen zu müssen. Dies ist ein Service von Frank, www.frankgetan.de So hört sich das Ganze dann an und wenn Frank rangehen sollte, oder er geht dann auch ran und das ist, sag ich mal, höflich und bestimmt und man schützt sich damit vor nervigen Werbeanrufen. Kommen wir nun zu unserem nächsten Thema der Web-Tipp-Ausgabe, nämlich der Viren-Analyse. Und erstmal, wofür brauche ich sowas überhaupt? Ich habe ja einen Virenschutz auf meinem Rechner, der analysiert ja auch Dateien und Viren. Aber es gibt eben auch Dateien, die ein Virenschutz nicht erkennt und da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ich kann den besten Virenschutz in Anführungsstrichen haben. Es gibt einfach keinen Virenscanner, der alles entdeckt. Es kommen tagtäglich so viele Schädlinge heraus und es ist einfach unmöglich, jeden Virus zu erkennen. Selbst die Heuristik, also die Verhaltenserkennung, wird nicht jeden Virus erkennen können. Und da hilft es nichts oder braucht man einfach, wie soll ich sagen, da braucht man einfach Brain.exe, um manchmal Sachen zu erkennen. Und das fällt in ein einfacher, sag ich mal. Leute, die unseren Channel gucken, denke ich mal, die können schon sehr gut einschätzen, wenn ich eine Mail bekomme, die schon ein bisschen suspekt ist. Und da hängt eine ZIP-Datei dran oder vielleicht sogar eine EXE-Datei und ich erwarte diese Mail nicht. Oder das heißt, hier ist eine Rechnung und Rechnung.exe, da muss man schon ein bisschen hellhörig werden. Ähm, ist es natürlich dann blöd, sag ich mal, wenn die Mail im Postfach ist und der Virenschutz erkennt das nicht. Ähm, dann sollte man, klar, man kann natürlich sagen, okay, ich hab das jetzt erkannt, ich hab das nicht geöffnet, ich war ja nicht so dumm. Aber man sollte vielleicht auch dran denken, dass vielleicht andere Leute das Ding vielleicht öffnen und dann hineintappen. Oder eben auch, ähm, ja, vielleicht versehentlich man das Ganze öffnet und man möchte vorher verhindern, dass es ins Postfach kommt. Und da schickt man solche Dateien am besten dann gleich an den AV-Hersteller. Wir haben eine Datenbank, oder eine Datenbank ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber eine Liste mal zusammengestellt mit allen Portalen von namhaften, bekannten Herstellern. Ähm, hier mal als Beispiel die Hersteller G-Data, Dr. Webb, McAfee und Kaspersky. Ähm, in der Liste befinden sich natürlich auch noch viele weitere. Und die bieten sowas an, dass man Dateien einschickt, die werden analysiert. Und, ähm, wenn es ein Virus ist, wird das Ganze dann auch mit in die Updates mit aufgenommen. Das heißt also, nach mehreren Stunden sollte dann auch euer Virenschutz diese Datei als Virus erkennen, falls es sich wirklich um ein Virus handelt. Und warum bin ich jetzt auf diese ganze Geschichte gekommen? In den letzten Tagen sind bei mir und bei meinen Kunden vermehrt, ähm, solche, ja, Viren eingetroffen, die eben von vielen Viren-Scannern. Ähm, wir hatten da ja mal eine Seite in den Web-Tipps vorgestellt, die nennt sich virustortal.com. Da kann man sehen, wie viele Viren-Scanner diese Dateien erkennen. Ähm, ja, sie sind aufgeschlagen bei meinen Kunden und bei mir. Und ich habe die da mal analysiert, äh, und leider Gottes haben kaum Viren-Scanner, also von den 70 Viren-Scannern, die da drin sind, haben vielleicht drei zugeschlagen, wenn überhaupt. Bei einem Sample sogar gar kein einziger, obwohl es auch wirklich ein Virus war. Das hat mir dann auch G-Data bestätigt und hat dafür dann auch ein Update, relativ zeitnah, also relativ zeitnah war in dem Fall zwei Stunden. Das ist natürlich schon ein wahnsinnes Tempo. Ähm, aber die haben das eben analysiert und sind zum Entschluss gekommen, ja, das ist ein Virus und, ähm, ja, wir erkennen den noch nicht. Natürlich, mir wurde zwar dann gesagt, ja, die Verhaltenserkennung hätte dann angeschlagen, wenn man den ausgeführt hätte, aber, ich sage mal so, darauf möchte man sich natürlich ungern verlassen. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, okay, da muss eben Brain-Exit funktionieren, man muss im Gehirn einschalten und muss, äh, überlegen, kann das überhaupt sein, dass das jetzt eine sichere Datei ist und im Zweifel dann erstmal nicht öffnen, analysieren lassen von meinem Antivirus-Hersteller. Deswegen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir sehen hier einmal von G-Data die Möglichkeit, Dateien einzuschicken und, ähm, die haben das ganz einfach über ein Formular gelöst. Ich wähle hier aus, ist es eine Schadware, ist es ein False Positive, also vielleicht eine Datei, die eigentlich sicher ist, die ich vielleicht sogar selbst erstellt habe, die jetzt der Virenschutz als Virus erkennt, soll ja auch vorkommen. Ist es vielleicht eine Adware, eine Toolbar oder so ein potenziell unerwünschtes Programm, dann kann ich das auch einschicken. Gebe hier meine Mail-Adresse an, vielleicht einen Kommentar, äh, wie ich dazu gekommen bin zu dieser Datei, was ich schon bemerkt habe und eventuell auch gleich eine Analyse von virus-total.com, kann nicht verkehrt sein. Äh, als G-Data-Kunde sollte ich vielleicht noch anwählen, welches, äh, Produkt von denen ich habe und, äh, damit ihr das einfach schneller sehen, aha, das funktioniert nicht. Und, ähm, ja, ansonsten ist es das schon und ich bekomme dann per Mail eine Rückmeldung, äh, ob es sich denn wirklich um Schadware handelt oder eben nicht. Ähnlich verhält sich das Ganze bei Dr. Web. Dr. Web hat auch ein nettes Formular, wo ich solche Dateien eben einschicken kann. Bei McAfee ist es zum Beispiel ein bisschen anders, da muss ich eine Mail, eine Mail-Adresse virus-research-at-macafe.com schicken und dann gucken die sich das Ganze auch an. Und, ähm, am besten gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich jetzt nicht so der Kaspersky-Fan bin, ist mir, oder am meisten gefallen hat mir da wirklich das Kaspersky-Portal. Das ist, sag ich mal, für jeden Anwender super einfach zu bedienen und man kann da Dateien und URLs einschicken, ähnlich wie bei G-Data. Das hängt immer sehr von dem Virenschutz ab. Der eine hat so eine URL-Erkennung, Phishing-Erkennung, wie auch immer mit drin. Äh, der andere Hersteller hat sowas nicht mit drin. Da muss man halt immer eben gucken, was der Hersteller für Module in seiner AV-Lösung implementiert hat. Äh, aber hier ging es ja heute mal darum, eine Datei einzuschicken. Das kann ich darüber auch recht einfach machen. Und dann kann ich sagen, okay, ich möchte hier auch noch eine Info bekommen. Und das ist eigentlich ganz nett. Ja, ansonsten, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hab für euch jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer, ähm, ja, vorbereitet. Ähm, das ist ein Cover. Viele wissen ja, dass ich, ähm, sehr viel Musik höre. Auch gerne Metal, Rock und sowas. Und auch ganz gerne mal ein paar ältere Künstler. Und ich hab ein recht gutes Cover von einem Bad Religion Song gefunden. Und, ähm, das Ganze wird euch präsentiert von Eddie Bowes. Ich verlinke den ganzen Channel mal. Das ist ein, äh, Singer, Songwriter, Komponist. Und, ähm, der macht sehr viele YouTube-Videos, aber eben auch sehr viele. Und auch sehr geile Cover, Akustik-Cover von Rock-Songs, Metal-Songs. Kann ich nur empfehlen. Deswegen jetzt noch Film ab und bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Kurs of You Tech. Und, ähm, das ist ein paar Jahre. I can't explain it The things they're saying to me They're going hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi Oh yeah See I'm a 21st century digital boy I don't know how to read But I got a lot of toys My daddy's a lazy middle class Intellectual Mommy's on belly of the star And I'll fix you all In love and mystery No one told you about No control But now I really don't know When you told me How bad you had to suffer Is that really all you had to offer? See I'm a 21st century digital boy I don't know how to live But I got a lot of toys My daddy's a lazy middle class Intellectual Mommy's on belly I'm so an official And that's what I-hi-hi for Tell me what he wants What he really needs That's what I-hi-hi-hi for I can't believe it What he needs I can't believe it I can't believe it You can't believe it Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.